Sieben... Na wo's ist? Komm. Acht. Tadadadada! Au. Dann hätten wir das auch geschafft. Dann wäre das fertig. So, dann können wir das alles abliefern. Können wir die Steinchen einmal hier reingeben. So, Holz habe ich mit, falls wir Holz brauchen. Stöckchen nehme ich mit für Fackeln. Wie viele Fackeln hast du denn jetzt noch? Musstest du den noch genug haben, ne? 6 um 30. 36. Ja, das reicht derweil. Spitzsacken haben wir da. Habe ich zwei noch. Und ich eine ganz gute. Das reicht derweil. Das reicht derweil. Warte, ich gebe einmal die Axt weg. Pfeile kommen nicht hier rein, sondern hier rein. Und ich würde einmal sagen... Wir legen uns schnell einmal nieder und dann gehen wir weg. Wir legen uns einmal nieder. Gute Nacht, lieber Gorgo. Gute Nacht, Rattle05. Und ein schöner neuer Morgen und auf geht's zur Hüllenexpedition. Haben wir noch irgendwas hier drinnen vielleicht? Nein, das interessiert mich jetzt nicht. Das auch nicht. Gut, dann würde ich sagen... Let's go, ne? So, ich bin mal gespannt, was uns erwarten wird. Ob wieder so... Naja, Höhle kann man nicht sagen zu der, wo wir vorher waren. Ui, ich weiß, was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Ich sehe schon einen Zombie. Grüß Gott, Herr oder Herr. Grüß Gott. Kies brauche ich unbedingt mit. Uuuuuh, ja, 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 ja. Zwei Bogenschützen begegnen uns gleich. Grüß Gott. Ähm. Ja. Lava. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich brauche Kies. Ich nehme gleich den Kies mit. Und das haben wir da. Gleich ein bisschen Eisen. Oh. Oh. Warte, stopp. Wir haben einen Dungeon gefunden. Na. Ja, wir haben einen Spinnen-Dungeon gefunden. Nein. Lass mir mal die Chance, eine Fackel hier. Nja, 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 nja. Ich werde gleich drauf gehen. Ja, dann geh weg einmal und lass mich rein. Warte, warte, warte. So, einmal und zweimal und eine Fackel schnell drauf. Cool. Was sagt die Kiste? Oh, Eisen. Oh, Redstone. Weizen. Weizen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Okay, Abbonnen. Alles mitnehmen. Jo, unser erster Dungeon, Freunde. Wie geil ist das denn? Geht da weiter? Und das nur, weil wir Kies abgebaut haben. Gut, ich meine, über einen Spinnen-Dungeon bin ich jetzt nicht sehr erfreut und nicht sehr glücklich. Warum denn? Äh, ich hätte lieber ein Skelett-Dungeon gehabt. Noch irgendwelche Sonderwünsche? Ja, Kaffee und Kuchen vielleicht und, ja. So, da ist wieder Eisen. Popeisen. Ja, damit. Ja, mit Eisen. Ich werde das auch weiter. Das Eisen hole ich mir gleich. Das gehört gleich mir. Und den Kies, den schlaufe ich mal wieder weg. Machen wir hier gleich ein bisschen Zugang zum Dungeon. Äh, wo bist denn du? Kohle abbauen wir schon. Naja, nicht, dass wir uns verlieren irgendwie. Nö, ne. Also, da bist du. Gut, da, was sagt, da geht's nicht weiter, ne? Äh, da geht's in die Richtung, wo du jetzt drehen? Ne, da geht's nicht weiter. Na, da geht's nicht weiter. Gut, dann lass ich einmal die Spinnenaugen da, die verroteten Fleisch da, Feuersteine und Faden. Brauch ich alles nicht. Wo geht's denn hier weiter? Oh, Creepsy. Den kannst du haben. Der ist auf mich fixiert. Sehr schön. Oh, warte. Gehen wir zuerst da rauf, weil... Nicht, dass uns irgendwas in den Rücken fällt. Aha, da haben wir Eisen, Eisen, Eisen. Sehr schön. Machst du mal das Eisen? Dann leuchte ich ein bisschen aus. Pilze! Rote! Yeah! Die nehm ich doch gleich mit für eine Pilzsuppe. Für eine leckere. Ähm... Ja, Sackgasse. So, die Pilze lebe ich da hier. Wie viel Kies hast denn du? Kies, Kies, Kies. Acht. Ja, das kannst du mal gleich geben, dann hast du einen Slot frei. Schön. Ist dann da irgendwelche Materialien sonst noch? Nö. Nix da. Gut, und dann baue ich das auch schon schnell ab. Wie gesagt, Kies kann man gut für Wege verarbeiten. Äh... Jusuf? Ja? Da unten ist die Hölle los. Ja, dann geh weg einmal. Der ist auf dich fixiert. Der Creeper ist jetzt auf mich fixiert. Der ist jetzt auf mich fixiert, der Creeper, den kannst du haben. Nein, pass auf! Der ist jetzt auf dich fixiert gewesen auf einmal. Da unten ist wirklich die Hölle los. Ja, mach dir nix. Aua. Jo, Freunde, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nix auf YouTube sehen. Ich mach gleich eine Fackel. So. Wow, Creeper, Creeper, Creeper. Creeper, 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 Creeper. Creepsi, 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 Creepsi. Okay, willst du mich so fixieren? Auf mich? Ich. Ich. Gut, dann hole ich mir dabei die Kohle, 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 Kohle. Ich hole die Kohle, Kohle. Äh. Wow. Was? Wow. Was wow. Na, warte, ich komm gleich. Hol nur schnell die Kohle. Was Creepsi? Auf mich fixiert? Jo, warte, ich komm schon. Okay, der rennt irgendwie verrückt. Ich bin mal an. Was wow. Achso, wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle ist mein Freund. So, dann holen wir Kohle raus, Kohle bis zum Umfallen. Hm. Links oder rechts? Ja, warte, ich bin ja nicht einmal noch fertig mit der Kohle, Alter. So viel Kohle. Nicht so viel Kohle mein Geldbörsel hätte, Alter. Da brrrr. Kohle, Kohle, Kohle. Das Problem ist, es dauert halt noch ein bisschen lang das Kohle abbauen, weil ich mit einer Steinspitzhacke arbeite. Hallo? Ja? War ich das jetzt oder du? Und du? Ich. Cool. Gut, ähm, wo bin ich denn da? Aha. Ja. Das war jetzt ich. Entschuldigt, Freunde. Ähm, ja. Da wollten wir gehen. Du kannst da aussuchen, links oder rechts? Links. Tudel 1 oder 2? Ich nehme mal links, weil da geht es nicht weiter. Oder? Da hinten bewegt sich wieder ein Dungeon. Ne, da geht es wirklich nicht weiter. Da hinten bewegt sich wieder ein Dungeon. Ah, scheiß drauf. Ich will in die Höhle. Du willst ja Diamanten suchen gehen. Richtig. Da ist Water. Ja, Water weg. Nichts Water weg. Das ist meine Water. Da ist auch Eisen. Da ist Kohle. Oh. Oh. Gold. Ich habe Gold gefunden. Gold. Unser erstes Gold. Gold. Oh. Scheißen, Dreck. Nichts, nichts. Gold. 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 Was ist passiert? Ja, nichts, nichts. Ich habe vergessen. Nein, nein, ich habe vergessen, dass man mit einer Steinsspitzhacke das Gold kaputt macht. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Cool, dass ich einmal einen Disconnect habe. Das ist ja sehr, sehr selten. Ist jetzt links gegangen? Jupp. Da ist nichts hinten. Sackgasse. Das weiß ich nicht. Muss ich einmal hinterher schauen. Aber warte, 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 warte. Ich muss mich entrümpeln. Wohl Schwarzpulver. Schwarzpulver. Jo. Gehen wir auf. Wassersteine brauchen wir. Das brauchen wir. Faden brauchen wir. Feuerschreiben brauchen wir. Was brauchen wir? So, ich gehe... Brauchen wir eh alles. Jetzt fahren wir. Nein. Nein. Eine Mine. Nein. Eine Mine. Ich hasse Minen. Gööö. Warte. 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 Dankeschön. Ich liebe Minen. Die sind so undurchschaubar. Aber es passiert immer etwas Positives in Minen. Ja, was denn? Ich finde Gleise. Oh. Ich habe da unten geschaut. Oh. Nein, nicht die Höhlen spinnen. Bitte nicht die Höhlen spinnen. Die sind so lästig. Da ist eine Leure mit was drinnen. Ich weiß. Gold. Oh, Brot. Das schnapp ich mir gleich. Melo... Oh, Melonen. Melonen. Wir haben Melonen. Melonenkirne. Jupp. Die Leure nehme ich mir auch gleich mit. Alles meins. Alter. Man hört schon, wie sein Blutdruck wieder steigt. Ja, ich hasse diese Spinnen-Spawner. So. Hey, für ein Problem. Ja, was denn? Ja. Was hast du denn für ein Problem? Kannst du mir Workbench herstellen, bitte? Ja, warte. So. Bitteschön. Bitteschön. Bitteschön.